Wie ist die Aufteilung des Geschichteten? Und zwar, da ist man, was das Beste, was man machen kann, ist, man isst einen Teil davon, man teilt es in drei Teile, man isst einen Teil davon, verschenkt einen Teil und spendet einen Teil. Verschenkt einen Teil zum Beispiel, was ist der Unterschied zwischen Spenden und Verschenken? Verschenkt einen Teil an einer reichen Person, das ist ein Geschenk. Weil er das nicht benötigt. Und spendet einen Teil, das sind was, an die armen Leute. Und das ist das Beste. Und wenn er alles behalten möchte, dann ist das auch kein Problem.